Ja, und somit sind wir nun bereits am Ende der dritten Lektion zum Thema Vulnerabilitäten und Resilienz angelangt. Wir hoffen, dass wir Ihnen in aller Kürze sowohl die konzeptionellen Hintergründe beider Begriffe näher bringen, als auch anhand der Praxisbeispiele Ihre praktische Anwendbarkeit sowie Ihre starke Kontextgebundenheit aufzeigen konnten. Im Hinblick auf die Konzepte Vulnerabilität und Resilienz sollte Ihnen in Erinnerung bleiben, dass Sie heutzutage sowohl für die Risikoabschätzung von Gefahren als auch für die Bereiche Katastrophenvorsorge, Katastrophenmanagement und den Wiederaufbau nach Katastrophen eine herausragende Rolle dahingehend spielen, dass Sie verstehen helfen, wie anfällig Gesellschaften für Katastrophen sind und wie diese Anfälligkeit verringert bzw. die Widerstandsfähigkeit von Gesellschaften gegenüber Risiken und Gefahren erhöht werden kann. Wir wünschen Ihnen spannende und lehrreiche Erfahrungen mit den folgenden Lektionen dieses MOOC und sehen uns dann nochmals im fünften und letzten Kapitel zum Thema Katastrophenmanagement wieder. Katastrophenmanagement 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 Vielen Dank.